Als Werowolfe, möchtest du den Zutaten des Mannes Fleisch? Ich meine, möchtest du die Feestung auf Männern oder Frauen? Haben wir alle vier Teile? Die Todesmalrüstung? Haben wir alles? Oder fehlt noch was? 1, 2, 3, ne, da fehlt noch was. Wir haben den Helm, die Rüstung und die Stüffel. Oh, ich liebe das ja, ne? Ich werde es noch nicht ausrüsten, ich werde es mir angucken. Da müssen wir... Da ist ein kleiner Fluss und da geht es links rein. Ja, Fluss. Ich denke mal, da wird das hier gemeint sein, ne? Obwohl es kein Fluss ist. Okay, also ungefähr hier. Ich habe mir eh vor, am Rande lang zu entgehen. Also gehen wir am Rande lang. Oh Gott, zersacken gar nicht mal so ein Wolf. Das können die, das ist bestimmt rechtlich abgesegert. Oh Gott, was ist denn los? Wow, Alter, was ist denn los? Totes Kralle. Kralle. Ähm. Mal kurz einfach nur Heilträger einschmeißen. Ich bin nämlich kurz vom Verrecken gerade. Au, hat der wehgetan. Oh, hat der wehgetan. Ja. Verrecken heute ist das. Oh mein Gott. Schleicherwächter. Er hat eine Menge Gold dabei. Der war ganz schön mächtig unterwegs, das ist nicht zu spaßen. Da war ein Drache, war das nicht so? Irgendwo war ein Drache, wo ich sagte, nö, den mache ich jetzt nicht, der war da hinten, ja. So, ich gehe jetzt bis zu Silm, absichtlich den Weg entlang, ja, da ist ein Drache. Ist da auch eine Mauer? Warte mal, drehen wir mal eine Runde, gehen wir mal da zur Insel. Wenn da eine Mauer ist, dann wird es doch interessanter hinzugehen. Aber dann kriegen wir einen neuen Schrei. Da würde ich auch einen Drache vorum bringen. Da ist auch irgendwas, irgendwas ist da. Weit genug von dem entfernt bleiben, auch um ihn nicht zu triggern. Ich kann es ehrlich gesagt nicht erkennen. Ach was soll's, was meint ihr? Wir greifen ihn doch einfach an. Wir greifen ihn doch einfach an. Hast du in der Morgen mit einem großen Kuck in deinem Ohr gewohnt? Ja. Das verdammte Börse kreiert so laut, dass ich sie für Essen kackt habe. Hm, hier ist doch nix. Nix außer dem Drachen, der plötzlich runter fliegt und angreift. Das sind Szenen. So, ihr seht ihr nimmst nicht sowieso Mira, also hau ich gleich ab. Das wird doch eine Leere sein. Der hab ich aufgenommen. Interessant. Nehmt sich also Donnie, Alter. Hab ich das mal früher gewusst. So, und was ist hier drin? Ja. Wo kann man das mitnehmen? Das war's. Ist ja wirklich nix mehr. Hm. Ich hab grad mitten durch den Baum gerutscht. Ich hab's genau gesehen. Gut, gehen wir wieder auf den Grund des Meeresbodens. Kann sogar ertrinken. Interessant. Oh, war das knapp. Auf. Auf den letzten Drücker, fast ertrunken. Warum regeneriert sich mein Leben nicht mehr? Das ist ja unfair. Da ist ne Höhle. Da bin ich auch rein. Da bin ich auch rein. Gletscherhöhle entdeckt. Gut. Dann lass mal noch hier mit. Gleich gebrochen. Zack. 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 So, meins. Das schreit nach Falmer hier. Ich geh sogar mit der Pick-Axt rein. Gut, Falmer müssen es nicht unbedingt sein. Das könnten auch diese ganz kleinen Dinge sein. Ich führ mir grad auf. Ja, das sind die kleinen Dinge. Die tauchen auch nur auf. Weil ich Sehenfalle drauf wirke. Und dann kommt sie automatisch raus. Das war es hier. Karstaks Schäde. Ah, ich weiß wofür der ist. Ich weiß wofür der ist. Es gibt einen Ort hier auf dieser Insel. Das wollte ich jetzt einfach mal so. Da kann man Karstaks Schäde draufsetzen. Wo? Und wenn man das macht, kommt ein Boss. Nämlich der Boss Karstak. Ich weiß nur nicht, ob wir noch mehr dafür brauchen. Auf jeden Fall haben wir ihn erstmal. So, hier geht es glaube ich auch nach oben. Wir gehen aber immer weiter den Rand entlang. Ich wusste es. Ich wusste es auch. Ich werde nicht fallen. Dann sind auch noch Leute. Oh man. Mein Leben ist schon wieder verwirkt. Warum stehen die Leute denn da hinten? Oder sind das Felsbrocken? Das sind Felsbrocken. Ich habe sie für Leute gehalten. Also auch irgendwas. Irgendwas interessantes ist jedoch auch. Und Stahlriemen vorkommen. Ich brauche dafür aber eine alte Spitzhacke. Also ich muss eine sehr alte Spitzhacke haben, um das kaputt zu machen. Schade. Sonst hätte ich das direkt mitgenommen. Stahlriemen ist das stärkste Material in dem Spiel. Außer vielleicht Drachenknochen. Drachenknochen dürften älter als Stahlriemen sein. Daher sind sie stärker. Nordküstenanlegestelle entdeckt. Das ist irgendwie Krieg im Gange gerade. Ja, da kommt was. Ja, sehr schön. Dann locken wir dies. Und dann locken wir das. Beschädigte Bücher. Wir werden doch damit fertig, ne? Mistviecher. Mistviecher. So, du kannst Dinge schaden, oder? Dann könnte ich deine Schwert schaden. Was? Ich habe ein bisschen Zeit in der Kölge in Winterhold, aber... Ich habe mir gedacht, das war ein Verlust. Also, vielleicht nicht. Ja, wir haben gerade so den... Hälfte geschafft wahrscheinlich. Dass sie mich aufhalten. Barbarischer Heldenstirnreif. Und 5 Milliarden Riegelingsspeere. Die haben versucht da ranzukommen. Ist aber nicht geschafft. Ich packe es aus. Höchst. Wer ist da? Bösten Rückenhilde entdeckt. Oh, 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 oh. So, Zeit mal Vampirkräfte einzusetzen. Könnt doch Leben absaugen. Oh, oh, oh. Klatsch. Was haben wir Tich? Äh, Tich. Mischung aus Viech und Tier. Tich. Könnt ihr hier... Ach, kommt zurück. Könnt ihr hier das... Ne, hier ist es noch nicht. Tich. Tich.